Halli heilige Leute, ich begrüße euch wieder bei Geschichten aus dem Schatten, wo wir heute Kapitel 9 abgeschlossen haben. Hier oben in dieser coolen, coolen Festung. Wobei ich zugeben musste, dass hier oben noch ein bisschen mehr ist, aber vielleicht auch nicht dazu mehr. Das letzte Mal, wo wir aufgehört haben, waren wir hier in diesem Eingangsbereich und waren hier halt quasi durch die Tür gerade rein, nachdem wir die beiden Air-Gins und den Luft-Gin besiegt hatten. Und hier drin haben wir festgestellt, hinten auf dieser Treppe sitzt etwas, das ein gehörnter Ogre ist, ein mächtiger Dämon. Und wir haben dann reingeschlichen, haben uns die Tür unter uns zugemacht, weil der Bargäst hinter uns herkam und wir halt Sorge hatten, dass der uns gleich in den Rücken fällt. Und haben wir überlegt, was machen wir mit dem davor und haben festgestellt, da flogen wohl so kleinere Dämonen, die halt so ein bisschen aussahen wie Federmäuse, um ihn herumtauchten, immer wieder aus verschiedenen Löchern auf. Und babbelten ihn wohl zu, er war davon wohl eher genervt, hat den einen oder anderen davon verscheucht und hat halt irgendwie darüber gemeckert, wie kacke sein Leben doch gerade ist. Und dadurch haben wir durch Zuhören so ein bisschen rausgekommen, dass wohl die Dämonenbeschwörer hier ein Ritual gemacht haben, um Dämonenfürsten zu beschwören, aber dabei versagt haben und der dabei freigekommen ist oder einen höheren Dämonen. Ich bin nicht ganz genau sicher, was das war, auf jeden Fall was ziemlich mächtiges. Genau, Erzfürsten der Hölle war, glaube ich, das. Dafür war dieses Pantagram, sie haben, glaube ich, aber wohl versagt. Auf jeden Fall wäre er halt reichlich am Motzen. Und wir haben dann, unsere Schurkin hat dann ihr Meuchelmördertalent benutzen wollen, wir sind halt quasi an ihn ran. Und sie hat dann auf ihn geschossen und das dabei benutzt, es hat dann eine Chance, ihn instant zu töten, wenn sie gut würfelt, beziehungsweise eher schlecht. Und irgendwie die Größe wirkt sich da dran. Er hat es leider geschafft, aber sie hat ihm trotzdem massiv Schaden gemacht, sodass wir halt eigentlich gar nicht allzu lange mit ihm zu kämpfen hatten. Er hat einmal auf uns draufgekotzt in so einem Strahl, das hat das Uhrwerk dann endgültig zerlegt. Aber ansonsten haben wir ihn erschlagen, weil wir sehr zufrieden waren und sind dann danach weiter durch die nächste Tür hinter ihm. Und da haben wir festgestellt, da ist diese riesige blutige Kugel mit einem Schwert drin unter der Decke. Das ist wohl dieses Schwert der Zerteilung, Zernichtung, das wir gesucht haben. Und gleichzeitig war dort auch dann die Agonie des fauligen Mahlzahns ein riesiger Dämon mit Größenklasse 6. Größenklasse gibt an, also ungefähr 6 mal so groß wie ein normaler Mensch, also sowas um die 10 Meter hoch. Und was waren das, 900 Kilo schwer. Also quasi so groß wie ein Einfamilienhaus gefühlt. Und das ist das, was wir hier als Monster sehen, mit dem wir uns dann angelegt haben. Wir waren da halt auch erst überlegen, brauchen wir interagieren wie irgendwie mit dem. Das ist halt so ein riesiger Dämonenkörper bei Selten und Mündern gewesen, die gefühlt in allen Sprachen gesprochen haben. Und es war aber wohl recht offensichtlich, dass der auch aggressiv ist, sodass unsere Entscheidung war, okay, jada jada auf die Fresse. Dafür ging es los, dass unsere Magierin einen Feuerball draufgeworfen hat. Ich habe unsere, die andere Zwergin, die Kriegerin verzaubert mit einer Rune der Kraft, die dafür sorgt, dass sie plus 2 Vorteilswürfe auf den Angriff bekommt und plus 2,6 Schaden, was da ziemlich nice ist. Dann ist unsere, ist die Zwergkriegerin halt reingestürmt, hat gewaltig draufgehauen. Da hatten wir halt schon richtig viel Glück, also auch was Schaden und sowas angeht. Die Schurken hat auf ihn geschossen, was hat auch nochmal gut reingestürmt. Dann hat er versucht, weil der Spieler sich, okay, jetzt foppe ich die so richtig. Der hat eine Fähigkeit, weil es ja der Zersetzung ist, dass er Gegenstände einfach zerstören kann. Das Problem an der Sache ist, der kann das nur mit Gegenständen, die nicht irgendwann mal irgendwie gelebt haben. Und unsere Zwergin hat halt eine lebende, dämonische Waffe, die halt entsprechend krass ist. Und damit ist die halt mehr oder weniger explizit davon ausgenommen, dass er das damit machen kann. Das hat unseren Spieler halt sehr frustriert. Dann war das Problem, dass alle anderen, die in reichbarer Nähe waren, ihre Waffen halt entweder noch nicht gezeigt hatten. Oder aber halt, dass nicht wirklich relevant war. Die Magierin hat ihren Teleportationsstab noch nicht benutzt. Ich hatte meinen zwei Hammer nicht in der Hand. Ich glaube, das Schießen der Schützin war auch, oder der Schurken war auch, glaube ich, erst nach seinem Versuch. Sodass er das halt mehr oder weniger erfolglos damit war. Und ihn sehr frustriert hat. Ja. Und dann hat er stattdessen versucht, okay, er beeinträchtigt die Zwergin. Und um sie damit quasi auf Dauer jede Runde zu schädigen. Nur um dann festzustellen, dass sie als Zwergin dagegen auch immun ist. Was ihn noch mehr frustriert hat. Das war so ein Level von, okay, das ist jetzt nicht cool. Dann stand das Ende der Runde an, wo aus ihm 1W6-2 Dämonenlarven rauskommen, die den Kampf dort auf Dauer schwerer machen. Er hat halt eine Eins gewürfelt, das heißt, da passiert ja auch nichts. Das war halt schon, da war er zu Recht sehr frustriert. Und dann ging die Zwergenkriegerin dazu über, er hatte sich neben die, hat sich dann einfach, hat als Einreaktion auf den Schuss, hat er sich quasi wegteleportieren können. Und um den auszuweichen und hat sich halt direkt zu der Schurke und der Magierin teleportiert, weil das sind welche Ziele. Darauf war dann der Plan, dass die Magierin sie halt einfach weg, die beiden wegteleportiert mit dem Stab. Und die Zwergenkriegerin rannte halt wieder rein und schlug halt nochmal zu und hat die damit auch direkt zu Boden gestreckt. Wir haben dem insgesamt, ich glaube, er hatte 100 Lebenspunkte, die haben wir ihm halt sehr schnell rausgeprügelt. Ähm, dass er dann erst darauf halt verschwunden, diese Blase ist aufgebrochen, das Schwert kam da raus und die ganze Festung begann zu erbeben. Und Seelen traten halt auch daraus raus von Leuten, die vorhin davon vernichtet wurden, die quasi auch so ein bisschen auf uns zu und die sich bei uns bedanken dafür, dass wir sie gerettet haben. Wir doch jetzt aber abhauen sollten. Wir haben uns dann noch umgeguckt, was Loot angeht. Das ist das, was man hier im Chat noch sieht. Da haben wir nämlich eine mumifizierte Hand gefunden, die man einmal ansetzen kann, quasi so ein bisschen Magieresistenz. Und die Magierin hat so eine Haube, die halt wie so eine frühe, mittelalterliche Frauenhaube ist. Ähm, und damit kann man, das kann man sich per Reaktion sein, aussehen zu ändern, was glaube ich ein ganz cooler Gegenstand ist. Weil mal, also das wäre, glaube ich, für unsere Schurken super effektiv, weil sie dann halt jeder theoretisch gesehen einfach wieder zum Möcheln übergehen kann, weil sie ja nicht gesehen wird. Und dann sind wir abgehauen, haben noch unseren Stufenaufstieg gemacht. Sind jetzt also auf Stufe 10. Ja, sind jetzt auf Stufe, nee, gar nicht. Doch, wir sind auf Stufe 10, richtig. Ich habe das da schon falsch gehabt, weil ich irgendwie mir eine Stufe noch nicht aufgeschrieben habe. Aber wir sind auf Stufe 10, haben damit quasi jetzt das oberste Level, was wir erreichen können. Was bei meinem Charakter dafür sorgt, dass meine magischen Runen, die ich setze, also ich kann ja so eine Fähigkeitsrune, die kann, äh, die Sache ein bisschen verbessert. Und die hält dann länger. Ähm, ist jetzt nicht so spektakulär, aber ist okay. Und ich habe noch eine weitere Rune gelernt, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, welche, aber die war auch nicht so spannend. Ähm, und jetzt steht dann der finale Bosskampf an. Da bin ich sehr gespannt drauf, sondern die finale Story, der, das letzte Abenteuer, uns wurde schon gespoilert, dass es ein Stadtabenteuer zurück in Kreuzding ist, was wieder mit unserer Wache zu tun hat. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf, was darauf zukommt und, äh, wie lange wir brauchen, um hoffentlich die Welt von dem, dem Dämon-Fürsten der Leere zu retten, oder ob sie dann doch irgendwie untergeht. Damit machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. anyone